hallo ich bin der brian von alphatierchen und ich habe mir gedacht mein neues videoricht das ich mir bestellt habe das tue ich mal mit euch zusammen an boxen da freue ich mich schon tierisch drauf heute bekommen hashtag transparenz wie andere dazu sagen ich werde nicht gesponsert ich darf es auch nicht behalten ich habe alles selber erworben und genau deswegen gebe ich auch meine eigene meinung dazu ob ich es gut finde oder nicht naja dann fangen wir mal an freue mich nämlich tierisch drauf das ding auszupacken gibt schon eine menge amerikanische rezession dazu aber nicht sonderlich viel auf dem deutschen markt deshalb werde ich zusehen dass ich nächster zeit euch auch nicht nur das unboxing sondern auch eine eigene meinung ein bisschen was zu dem licht erzählen so ganz neu ganz frisch das ganze ding denn ich habe mir den godox vl 150 bestellt ich sag mal so ein bisschen ein verbesserter klon von abutur 120 d der ist aber fast doppelt so teuer und da muss ich sagen nach dem ganzen rezession die ich gesehen gehört gelesen habe da war ich so begeistert habe ich mir gedacht das günstig wird weil das ist schon mal das erste tolle feature das gute stück kommt nämlich immer richtig geilen tasche gut gepolstert stabil kann man echt was damit anfangen da muss ich nicht irgendwas teures dazu kaufen und das ist auch qualitativ nach allem was ich gehört gesehen habe gleichwertig zu dem ganzen thema von abutur so toll hier dran ist der 120 d ist ja in der indie branche ein richtig bekanntes licht hier haben wir auch die manual und godox ist ja dafür bekannt in den letzten jahren sehr sehr aufzuholen ein thema qualität auch nicht nur von licht qualität sondern auch bau qualität und das tolle hier dran ist dieses kleine dies mit einem verbesserten feststellknopf das ist nämlich eins der features was mich dazu bewegt hat zu diesem licht zu gehen denn wenn man das fest dreht zumindest laut allen testern die ich bis jetzt gesehen habe kippt ihr selbst mit großen softboxen das licht nicht ab und das problem haben wir nämlich beim abuturen weil die feststellschraube nicht sonderlich stabil ist ein sehr sehr angenehmes entriegelungssystem hier die led mit schutz drauf kann man ablassen weil dazu gibt es nämlich auch richtig schön reflektor der auch optimiert ist das tolle daran ist nämlich die form oder besser gesagt diese riffelung hier die verstärkt das licht nochmal um weitere 10 bis 15 prozent wenn man den zum beispiel jetzt auf den abuturen setzt tut auch der mehr leistung bringen die energie einheit und das ist auch was besonderes denn hier alles in ein energie und steuerung in dieser einheit drin ein bisschen mittig so für wie man und geeignet funk steuerbar eingebaute schlaufe verriegelungssystem für die energie und hier kann man sehr schön linear die helligkeit vorstellen dazu dann die ganze energieeinheit für netz dass man das licht auch per normalem strom betreiben kann hier dann die energiekabel von licht zur energieeinheit von energieeinheit zur steckdose was relativ lang ist sehr schön dass man es eben auch im studiobereich weiträumig nutzen kann und fernbedienung dazu was prototypisch ist sie ist meistens im lieferumfang enthalten mit was sagen wir triple a batterien betrieben da kann man entsprechend dann das licht steuern geht auch mit mehreren gruppen meines wissens so und hier haben wir dann die gesamte tasche sehr schön gepolstert mit einer menge stauraum so dass man ohne problem mit dem blitz unterbringen kann mit dem ganzen zubehör und was auch sehr schön ist derzeit vermute ich zumindest dass das eine aktion ist vielleicht ist das auch dauerhaft gibt es hier von guter noch entsprechendes zubehör gleich dazu Dinge die man sowieso auf dauer höchstwahrscheinlich dazu kauft weil man sie braucht habe ich mir gedacht naja keinen schaden bestellst du gleich mal mit oder das paket eben nimmst du mit barndorf also schäumtore zur steuerung des lichts mit einem grid drinnen mit warten damit man das noch besser bündeln kann und was sehr schön ist das ist alles aus metall gefertigt sehr stabil dazu farbeinsätze da haben wir dann rot blau gelb und grün zusätzlich gab es dann noch solche schicken überzieher aber sollte man nicht unterschätzen auch in verschiedenen farben rot blau grün gelb weiß das ganze dann schauen wir mal das ganze unter strom setzen ich habe das ganze jetzt einfach mal zusammengebaut dass man mal schaut wie der ganze spaß funktioniert was sehr sehr schön ist muss ich sagen die kabel sind richtig dick wie xlr kabel beim ton die verriegelung sind auch wie bei den xlr kabel mit klemme die auch wirklich bombenfest sitzt auf beiden seiten auch nochmal am licht selber und das ganze lässt sich sehr sehr einfach zusammenstecken und nun jetzt hier den ganzen spaß mal anschalten durch langen knopfdruck und da sieht man schon wo da geht es ganz schön ab und jetzt können wir hier das licht in 1 prozent schritten linear steuern bis es sogar aus ist und mit 1 prozent und jeweils in einer schritten wieder steigern sieht man schon ist ein ziemlich starkes licht sehr sehr angenehm freue mich schon drauf das ganze zu benutzen euch dann auch eine meinung dazu zu geben erster eindruck von dem kleinen beast hier also wirklich bild like tank wie der amerikaner so schön sagt sehr sehr viel metall verbaut die aufnahme komplett metall stellschraube sind zwar jetzt sicher plastik zähne wie ich das sehe aber mit einer gummierung dazwischen wahrscheinlich deswegen auch dass das ganze nicht mit einer schweren softbox rutscht komplette gehäuse metall großer lüfter hinten drin laut den tests was ich so gesehen und gelesen habe schaltet er erst bei 45 40 45 prozent zu und auch erst nach einer gewissen zeit ist auch ein klarer vorteil zum abutur der die ganze zeit läuft und das ist eine recht unangenehme sache jetzt mit dem jenbay ef 60 mark 2 mit dem ich filme läuft auch dauerhaft der lüfter muss man in der nachbearbeitung immer schon in der tonsequenz erstmal rausfiltern ist hier schon ein echter vorteil wenn das ganze auch mal silent ist gibt auch davon mittlerweile eine komplette silent version den ul 150 ist dann aber auch zwei bis zweieinhalb mal größer muss ich sagen hat mich jetzt nicht so gereizt weil ich eben auch uns gut finden aktive lüftung zu haben wenn man auch auto filmt wärmeentwicklung das ganze und eben bei dem ul 150 ist die schöne tasche nicht dabei und mobil sein heutzutage so eine tasche die dein equipment schützt ist schon viel wert weil von der machart wie die tasche das legt man locker 100 120 euro hin um was gleichwertiges zu bekommen so und noch ganz kurz zum reflektor und zubehör hier habe ich mal mir den spaß gemacht die barndurst drauf zu setzen sehr einfache verriegelung per klammer wird nur drüber gehangen eingehangen was ich auch sehr schön finde die farbfilter mal sehen ob man es jetzt auch raus bekommt so und dann oben klicken die magnetisch rein auch eine sehr schöne sache sehr stabil so wie es bis jetzt aussieht schon haben wir rotes licht das war dann mal das unboxing von diesem schönen video licht was ich mir geleistet habe wie ich schon gesagt habe ich werde in erster zeit viel damit arbeiten und euch hoffentlich zeitnah recht schnell einen eindruck geben können wie zufrieden ich damit bin aber der erste eindruck von qualität was verarbeitung betrifft reaktions freudigkeit das ganze zubehör einfach nur spitze und ja ist vielleicht nicht das günstigste video licht was es zurzeit zu kaufen gibt aber in der preisklasse wage ich zu behaupten nach allem was ich so bis jetzt hier gesehen habe ist es wahrscheinlich nicht die bang for the buck also das was das beste preis leistungsverhältnis hat na dann bis später und wir sehen uns mit einem review dazu bis dann und wir sehen uns mit einer